Das musst du mit dem Piepen feststellen. Ja, okay. Wie oft piept es? So könnten wir es natürlich auch machen. Oder machen wir einfach die... Mach du die, oder? Ich weiß es nicht. Könnten wir auch so machen. Ah, okay. Nur ist das das Falsche bei dir. Oh, das war jetzt das Falsche. Ja. Dann wechseln wir die halt mal, dann machst du da unten deinen Sinn. Genau. Hm. Wir könnten natürlich auch in den riesigen Ventilator, das springen, der so nach Tod aussieht. Hä? Oh. Ja. Das können wir nachher machen. Ähm. Ne, du musst dein Ziel hin machen. Ich mach mein's. Äh. Da hin, wenn ich den abpassen will. Okay, dann... Dann halt so rum. Und... Bam. Spring! Nein, 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 nein. Verdammt. Okay, jetzt ist mein Ehrgeiz geweckt. Aber wie soll man das denn noch teilen? Okay, ich drück den Knopf. Zeig doch an. Na, aber... Muss man sich dann gewöhnen. Zu früh. Ah. Ein bisschen. Knapp. Ja. Vielleicht genau mit dem letzten Piep. Ach. Oder so. In dem am zweiten Piep, glaub ich. Hm. Wo bist du? Ja. Heute ist es total. Ach so. Okay. Ah, da bist du. Okay, ich drück nochmal. Bam. Jawoll. Oh ja. Ja. So. Und dann müssen wir das da dann umleiten. Da dann. 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 So. Was geht davon auf? Der Ventilator hat auf, um sich zu drehen. Hm. Jetzt müssen wir da hinspringen, wahrscheinlich. Ja. Okay. Dann. Da da. Moment mal. Aber, ich glaub einer muss den Kubus festhalten, weil das dann... Ja, mach ich auch, weil ich... ich hab nur geguckt. Okay. Okay, dann ist da hinten, wa? Ja, ich mach dann schon. Ah. Jetzt können wir ihn doch noch zum Ventilator. Ja, hast du ihn angehalten? Ja. Okay. Steht. Gut. Wiii. Andi. Ja, genau. Ja, jetzt musst du noch... obwohl. Moment, geht das? Moment. Ich guck mal, was ich da in den Augen... Haha. Vielleicht kann man hier ein Portal machen. Geh mal da durch. Vielleicht ist da ein Knopf. Okay. Ah, jetzt brauchen wir... ein paar... Partnerperspektive anscheinend. Hm. Ich soll ja eigentlich nur die Dokumente hier finden, ne? Hier ist ein Hebel, aber dafür brauchen wir zwei Leute. Da ist so ein Energieshotdown. Was? Energieshotdown. Ah, okay. Hier. Ah, Moment. Ähm. Augenblick. Das könnte was bringen. Wenn hier kein Glas wäre, ähm... Dann könnte ich irgendwo ein Portal machen, damit du den hier hin lenken kannst. Obwohl, Moment. Man kann... Der Laser geht ja durch Glas. Kommst du hier ran? Sieht nicht so aus, ne? Merkwürdig. Moment. Äh... Ich muss... Da komme ich hin. Achso, das ist das Normale. Stimmt denn. Was? Hm, ne, nix. Hm. Augenblick. Aber... Mach mal... Da hinten ein Portal. Da in die Wand. Und dann noch irgendwo, wo du den Laser reinlenken kannst. Ah, ja. Zum Beispiel da. Dann müsstest du nämlich hier reinkommen. Ah, ja. Limbo. Oh, ja. Okay, das waren keine Skills, aber... Ähm... So, dann hier. Äh... Zu hoch. Kannst du es irgendwie tiefer machen? Geht das? Kannst du das Portal? Also dein Portal vielleicht irgendwie? Obwohl... Moment, ich guck mal bei mir. Vielleicht geht es ja auch so. Guck mal jetzt. Au. Ja, okay. Jetzt haben wir beide tiefer gemacht, aber... Moment, es wird schon. Äh... Zieht einfach durch das Portal und ich versuche es dann zu justieren. Das ist was im Weg, oder? Hallo? Ähm... Ja, Moment. Moment, Moment, Moment. Soll ich es woanders hin machen, wo er nicht im Weg ist? Okay. Ah, es hat geklappt. Oh. Okay, Moment. Ähm... Jetzt fällt es sogar ganz aus. Ach so. Jetzt ist es ja auch kein... Auf jeden Fall. Cool, dann kannst du ja jetzt kommen. Und dann können wir gemeinsam nach den Dokumenten suchen. Oder beziehungsweise erstmal weitergehen. Wir sollen ja keinen Gedanken an die Dokumente verschwenden. 1, 2, 3. So. Das wird immer besser. Ja. Man merkt, unsere Kooperationsinitiative verbessert sich. Ja. Auch wenn ich mehr Punkte bekomme, wie du weißt. Oh Mann. Äh... Schon wieder eine Disco? Sehen. Ach so. Ja, klar. Future. Dokumente immer auf Disco. Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Augenblick. Warum? Fertig. Denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so... Was soll das denn denn machen? Ja. Ich habe nicht so genau hingesehen, wollte sie sagen. Das stand gerade in den Untertiteln. Hm. Aber wie sind ihr ja vorher weggestorben, bevor sie das sagen konnte? Ja. Naja. Moment. Kann es dann auch passieren, dass man es ganz hört? Wenn die Sequenz erst dann anfängt, wenn wir sie eingeben und sie dann erst anfangen zu reden? Keine Ahnung. Ey. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Fert auf damit. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Und glaubt mir, Menschen haben nur eine gute Eigenschaft. Nämlich? Was haben Menschen für eine gute Eigenschaft? Keine Ahnung. Und dann gehst du da oben hin? Moment. Ja, da. Hm. Lalalala. Hey. Oh, okay. Das war alles mein Plan. Das wusste ich, dass das passiert. Flucht. Ne, Flut. Nicht oder Flächen. Ich kann nicht lesen. Ca. 1000 Schritte mehr gemacht als ich. Steht da. Ja, die Frage ist, ist das gut oder schlecht? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich nur Info. Wir lernen jetzt die Flutlichtbrücken kennen. Das heißt, du lernst sie kennen. Ich kenne sie schon. Aha. Ja. Ach, fühlst du dich etwas besser? Kann sein. Naja. Hm. Es sind basikalisch einfach nur Brücken, die aus Licht bestehen. Deswegen heißen die auch Lichtbrücken. Ja. Schnau schaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Ach, 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 ach. Ist ja nix. Ach, ach. Dafür sind wir Roboter. Hey, cool. Ja. Man kann die Blü... Man kann die Blü... Man kann die Blüten wieder leckten. Was? Ich bin Chinese gewollten. In letzter Zeit. Brückenleckten? Also man kann die Brücken redirecten. Das wollte ich sagen. Ähm. Augenblick. Ne, ähm. Du müsstest jetzt, glaube ich... Obwohl, ich kann auch einfach so machen. Ja. Genau. Kann ich mir so machen. Ja, jetzt kannst du hier rauf und dann müssen wir irgendwo anders hin. Mhm. Augenblick, äh. So. Dann kannst du nämlich da ein Portal machen. Ja, genau. Ähm. Und jetzt gehen wir da durch. Irgendwie. Falls es nicht zu klein ist. Ach so, man kann auch durchlaufen. Ja, Portale sind zu da durchzulaufen. Ja, ich hab grad wegen der Lichtpunkt, wir dachten ja schon besetzt. Keine Ahnung. Ja, der war nicht gut. Haha. Das geht eigentlich. Naja. Ich fand ganz okay. Ach, verdammt. Ne, es bringt nichts. Ähm. Mal gucken. Wo kann man diese Brücke denn redirecten? Da. Nur was bringt es? Okay. Mach das mal erst, wenn ich. Ah, okay. Okay, okay. Ich könnte auch. Theoretisch könnte ich ja so machen. Moment, ja. Ja, aber dann knall ich gegen. Ja, äh. Dann mach ich das, wenn du. Genau. So, bringt dir das was? Kannst du da irgendwas erreichen da oben? Ich glaub. Ich glaub. Jetzt brauch ich noch nen Würfel. Wo ist der Würfel? Und den gibt's. Da. Okay. Dann. Müsstest du nochmal auf die Brücke zurück. Glaub ich. Ja, Moment. So. Und so. Und. Das, das, das. Das, das da klappt. Ja, dann machst du einfach mal da ein Portal, würde ich sagen. Ups. Ähm. Dann noch irgendwo anders noch eins. Genau. Ähm. Dann müsste es. Ach so.